ähm wo soll ich drauf schießen? das schiff ist so groß bist du runter gesprungen? ja ich bin aufs rum gelaufen wie? wo? wo geht es denn hier aus rum? also darunter ah renn doch nicht ohne mich weiter bist ein gemeiner ein ganz gemeiner hund ich wäre jetzt da runter gesprungen ja aber da kann man drunter da kann man echt drunter so runter kann man Geschichten der Ton das ist echt mal was ganz anderes da ist ein Anker der geht aber nicht das ist der Fischanker den man bekommen kann oder etwas das See pockt ich glaube die hatten eine Wege Angst nass zu werden aber sowas fehlt echt in den Seeopsieb solche alten Ruinen oder sowas das ist ja also so ganze also gibt schon Reste aber hier warte 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 guck mal erst mal rechts da drüben gehst du zum Grab gehen wir zum Grab da drüben gehst du zum Grab ich möchte irgendwie hin weil ich hab da hinten habe ich schon mal so ein Leuchtfeuer angezündet und da habe ich auch gerade irgendwann gesehen ja vielleicht sollte man erst mal mitten reingehen das kann kann sein gehen wir gehen wir erst mal weiter kann ja gucken aber nicht dass wir da oben da oben kann man bestimmt lang laufen da oben und lass mal ein Käfig runter der ist irgendwo oben der hängt in einem Käfig ja ja ich sehe den Käfig aber ich sehe da keinen drin ich bin hier bei den verdammten also da wusste ich ne ich stehe da wo der Ton herkommt Allah direkt bei mir also also ich glaube da haben die einen Häm da fehlt was sorry das kannst du ja nicht so nicht so hören und so aber du kannst mich so lokalisieren da ist ein Käfig und da ist halt keiner drin und von daher kommt das auch ich kann es nicht von oben sehen bist du denn jetzt hin Allah ne ich will zu dem Hof du lässt mich einfach im Stich ein Schlüssel zum Aufschließen benötigt du brauchst einen Schlüssel ja ich weiß nicht wo du bist ich renne dich halt auch weg verstehe dich da bist du bist du denn da hoch gekommen äh magic ne verboten ne verboten uuuuuh das wäre ne geile Taverne das wäre ne geile Taverne ne 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 scheiße ich bräuchte dich ja da bräuchte ich dich bin grad beschäftigt was klingt denn da da kann ich da rüberjumpen aha aha ah ich bin noch im Käfig hehehe ich hab ein Buch gefunden aha was hast du geschafft ah hast du ein Buch gefunden? jaa das habe ich mir ganz gewiss auf durchgelesen tja tja das wüsstest du jetzt gerne wo ich bin ich bin bei der Taverne jetzt fragst du dich wo ist denn die Taverne? rüste deine Laterne aus und hier was anzuzünden ich sehe die Taverne ja ich sehe die Taverne in dem anderen Schiff drin ne mhm hast du irgendwas mit dem machen können da oben? ja ich steh grad oben ich kann das Seil durchtrennen warte 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 komm ich komm gleich komm gleich stell dich mal unter den ja ich lass ihn mal runter bei mir ist doch wie gesagt keiner drin ist bei dir jemand drin? ich dachte runter lassen sorry ich glaub da ist nur ein Schädel drin da ist nur ein Schädel drin ach wir brauchen einen Schlüssel war das Schlüssel? wir brauchen einen Schlüssel ja ich hab da hinten noch eins gefunden ja komm erstmal her dann zeig dir erstmal das Buch in der Taverne vor allem ich sage jetzt mal nicht dass sein Kopf durch jedes Loch von dem Käfig so perfekt durchgeht mehr als perfekt also mehr als luftig ja die Taverne habe ich schon gefunden den Schlüssel glaube ich weiß er auch wo er ist wo sind sie? Hilfe! ja ich muss gerade mal wieder den Parkour machen weil ich hab den falschen Weg zurück gewählt ja ich hab den falschen Weg zurück gewählt ich warte mal bis du da bist dann siehst du alles weil das Buch ist ganz ganz oben oder was? ne lauf halt mal hoch da müsstest du es sehen von dem da markiert von dem da markiert da sind wir gerade das ist nah an der Insel das ist mit dem Leuchtturm ist ja Leuchtturm ja ja wir haben hier ein Leuchtturm der ist doch hier hier links Leuchtturm ist ja links und dann da irgendwie so ne Ecke ok mehr ist ja nicht und da hoch kann man sich hoch klitschen und dann schluppdi schlupp super das ist der Weg ich habe mir Angst dass der Finger abbeißt ich habe mir Angst warte spricht er auch sein oder nicht sein ich wusste das der Schwung hat er redet was redet denn meine Hand he he hä 倍 in verriert denn würde ich eigentlich mal halten ha 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 die ganze zeit eben und auf wir haben hier noch ein schiff und ein Leuchtturm geh mal zum schiff und da sind wir körper ohne kopf mich würde man das hier was die markiert haben weil das war ja der weg hier hinten dann rechts und direkt graben hier liegt gold liegt überall haben sie auch gegraben ja und hier geht auch im weg hinterwärts werden sie hier gold gefunden haben und hier wenn du mal guckst geht auch die goldspur hier hinter also wir haben irgendwas gefunden ja es geht dann da hoch wieder und dann hier rein da wollen wir dann noch einen schlüssel oder was brauchen hier brauchen wir ja den schlüssel na das ist ja die andere seite goldspur dann wieder hier was ich aber lustig finde ist hatte war der war die spur geht hier weiter hier unten also der geht geht weiter einfach dass wir dort immer rüber ich gehe jetzt er hat die angeschrie da drüben sind jetzt geister die lassen es hoch also ich war bis zur kante frei gestanden bis zur kante schnauze wenn sie gegner sind das ist sehr sicher hier jetzt oben auch noch steintreppen sind muss mhm hochgefunden jup durchdrucken ganz schnell durchdrucken dass man weitermachen kann der fährmann ich komme ich komme ja ja ich habe und das ist ja voll angelehnt an an ding das wäre jetzt hier ich kann doch nichts machen ne jetzt kann ich immer noch nichts machen kann man hier irgendwas oder vielleicht ne voll ne dass man feuer mitnehmen kann warte warte ich guck mal ob ich das feuer warte warte hier ne warte zurück runter 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 ah der ging der ging aber sie sagen sie können nicht schnauze da es ist wie eine schlauze sie nie vergessen jetzt schauen wir ob wir eine klinik um zu die hier zu die 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 ist gut aber sie Ihr müsst eure Flamme auszusehen, wenn wir den Ferry nennen. Hey, das ist der Weg. Ich denke, es sieht besser in der Nacht. Jetzt, um den Ferrymanns Achtung zu bekommen. Wo soll ich leuchten? Leuchtest du gerade? Kannst du uns bewegen? Ja. Ich kann hoch und runter. Achso. Wir müssen, wir müssen die ganzen Leuchtfeuer anzünden. Ah, okay. Also ich kann hoch und runter. Okay. Okay, da tut man sich echt zu zweit deutlich einfacher. Das war's. Oh, da kommt ein Schiff. Warte, ich will es anleuchten, wird es anleuchten. Was ist es? Ist es die Pferde, verdammt. Mhm. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, links, links. Ach, genau. Warte mal, warte mal. Warte mal. Warte mal. Oh, er hat einen Schlüssel. Dann schauen wir mit dem Schlüssel auf die anderen beiden. Ja, ja. In den letzten 5 Minuten da draußen. So, ich brauche euch, mein Transport wieder einmal. Zumindest, bis wir das Schiff erreichen. Geh mich zu meinem Schiff mit den roten Sails. Und ich werde dich sicherlich abholen. In den roten Sails. Okay, wir hatten aber doch wieder eine andere Tür, ne? Warte mal ernsthaft jetzt. Ja, und der will jetzt wieder seinen Schädel mitnehmen. Musst du wieder mitnehmen. Und dann auf dem anderen drauf hocken. Aber es ist mal schön, die Fähre mal so zu sehen. Oh, vor allem jetzt stehen die ja alle. Leute, wer ist denn? Oder sonst, Mann. Wo ist denn der Fährmann? Verschwinde, bis deine Zeit gekommen ist. Ja, Gott. Kann man sich die Fähre mal näher anschauen? Ja, ich gucke, ich komme auch mal rüber. Fehlt da die Kanone? Guck mal, ob die Kanone fehlt. Sieht man das? Ja, die fehlt. Die fehlt schon, okay. Das Ding hat ja fünf Kanonen. Ne, war ein Steg. Vier, vier. Warte, muss mal rumkommen. Da fehlt da eine. Die Galionsfigur, die wäre auf jeden Fall interessant. Ja. Aber da fehlt doch die Kanone. Ne, ich mag gerade auf der anderen Seite. Ne, der hat auf beiden Seiten vier. Deswegen, ja. Deswegen, hier hat er noch alle, also. Aber da ist auch der Fährmann drauf. Lustigerweise hat er hier alle. Warum? Das wäre mal gut zu wissen. Oh, da hat sich der Rare-Osser-Seelen-Fehler eingeschlichen. Die Galionsfigur, aber da hätte ich jetzt wenig Lust an, den Blunder fast bis 100 durchzuziehen. Die gibt's wohl da. Ja, wenn du eine Legende bist, kriegst du bei Level 100 vom Battle Pass, kriegst du die Galionsfigur. Uff, ja. Wenn's irgendwas Interessantes gibt, dann vielleicht, ne. Aber, wenn's nur das ist, ähm, eher weniger. Kannst du auch ein Thumblay machen. Sein oder nicht sein. Mit vollem Mund, da spricht man nicht, mein Käpt'n. Das ist so gross, aber ich hab' ja, tut mir leid. Ja, den musst du ran klatschen, ne. Wirklich golden? Schau dir nett aus. Moment. Wieder mit, ne. Es waren wirklich nur an dem Hebelzielen. Hier nochmal genau rumgucken, dass man irgendwo was übersehen darf. Hier waren jetzt schon zwei Bücher. Mhm. Also hier könnte sehr gut eins sein. Das ist hier, dass du drin, da kannst du mal so reingucken kannst. Mhm. Ja. Ja. Das wär's jetzt, wenn du hier kannst, wär. Da haben wir halt auch jetzt drei. Ja. 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 Kriegt er seinen Schädel wieder? Ich guck den Schiffel aus. Ja. Ja. Da ist ein Räuber über yonder, der die Bucarii unter der Ferry. So wie eine Kirche-Maus. Aber ich weiß nicht. Wissen Sie wirklich, was für Sie wartet, unter der Erde? Nicht alle Träger, Silber und Gold. Wir sind frei. Und meine Wunschung ist klar. Aber ich habe noch viel zu denken. Vielleicht einen Tag. Der Boot bekommt man wahrscheinlich. Das dachte ich mir jetzt auch gerade. Dann schmeißen Sie doch her. Dann gehen wir zurück und machen die auch unter der Tür auf, wenn es umgeht. Ey, diese Raffgier hier. Nee, jetzt will ich die auch nicht mehr. Oh, hier, 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 hier. A Rowboat. Ja, komm, du. Und die Truhe ist auch gut gesichert. Vier Schlösser dran. So eine Truhe gibt es ja auch eigentlich gar nicht mit mehreren. Hier würde es mich ja leider, wenn man hier irgendwo noch ein Schlüssel versteckt ist, ne? Ja. Aber... Dann nix. Fahr mich! Oh! Auf, auf, Hund davon! Wie ging nochmal die Steuer um? Ja, ja, ich weiß es natürlich. Ich bin Profi. Oh, die schweben rüber. Jo. Was sind die Toten? Huh! Ich komme hier nach oben. Jo. Sollten wir nach oben? Jo. Du hast, du in dieser versateten Ort geschenkt. Du hast, du hast, die Preis von dem Piraten-Kode entfernt. Oh! Du hast, du weißt, unter dem Kraft des Schäden, von deinen eigenen Besten. Und jetzt... Dein Zeit ist, du hast, du hast, Oh Gott, hier ist eine Mülleküste! Hm. Kann ohne benutzen? Ja, deswegen hat er hier noch eine. Ähm, kann man jetzt darunter? Wir fahren. Hier hätte ich noch, boah. Kanonekugel 50, 50. Oh, oh, ähm. Essen. Ja, füll mal auf, essen. Hier, essen wir mal kurz die Bananen, weil die bringt... Siehst du sowas? Mal kurz leuchten. Ein paar selben. Hier kann man eine Kerze anzünden. Warte, warte, ich guck mal kurz. Wir tuckern echt mit Vollstoff weiter, ey. Was? Ja! Oh, schau. Das ist eine schicke Inneneinrichtung. Das ist lustig. Ja. In Salz und Rosmaris. Jetzt. Wenn du deine fliegelten Husten bringst... Ich weiß, was du denkst. Dieser Husten wird niemals geblieben. Deshalb würde ich einen Wälder geben. Mal sehen, ob ich das kann. Wir haben dieses Outfit vergessen. Ja. Nicht mehr. Wien ist das. Ist dirisch, Mann. Huch! Schlimme geklaut. Braves Händchen. Was passiert? Er will nicht. Ah! Doch. Kannst du jetzt mit dem Schloss interagieren, oder? Sehr wahrscheinlich. Ich habe einen leuchten Schlüssel. Kannst du dich... Nee. Ja, ich kann... Einmal geklaut. Jag. Ich bin Jag. Ich bin Jag. Ich bin Jag. Wenn ich in der Erhöhung bin, ist das Schlimm ist immer besser. Jedoch, als ich niemand hatte, als ich einen, als ich einen, als ein Rekalcitor und Muttsa-Sock 2, für viel zu lange, werde ich mich auf meine kollegische Natur und mich zu erinnern. Ich bin Jack Sparrow. Obwohl, seitdem du hierher kamst, du mich schon wusste, wirst du das schon wusste. Dann musst du mir erzählte, über meine heröerische Reise um dieses... größtes Feuer- und Treasurer-Wall. Ein goldenes Schlüssel für andere Lande. Eine eterliche Freiheit. Entfernt von der Läge eines Herzlösen-Squid und verwendet, um zu helfen, in dem Wachstum, der mich zu stehen, bevor du da bist. Schöne, oder? Es ist also surreal in S.O.T. Jack drin zu haben. Was? Wo ist er hin? Ich bin gerade verschwunden. Jack? Ich kann gar nicht hier, weil jetzt kann ich wieder rennen. Ja, gut. Ich glaube, er ist auch nicht mehr so ganz so lebendig. Wieso? Er saß und leichten Schimmer hat, oder was? Ja. Ja, ja. Er muss ja hier auch irgendwie hergekommen sein, da war. Hört's nicht aus. Ich meine, wir haben das Stand-Tubel von Jack. Was haben die? Alter, das ist schnell! Hm? keine noch mal bereit. Ich glaube das ist etwas passiert. Hm? es ist ungewohnt von ihm die flying touch man das schiff ist um fünfmal größer als unser schiff kann ich war ja wie gut die aussieht wo soll ich darauf schießen das schiff ist so groß oder die wasserlinie ähm ähm jack habe ich noch vermuten ähm ist wieder da oh jack schießt mit ok 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 dann wohin soll man da schießen alles auf alles Junge schau dir das schiff mal an ich habe keine Funktion mehr er ist geschossen alle waren an Deck wir können ja nicht absaufen ähm sicher ja das ist halt so surreal einfach mal vielleicht an aui schaden kriegt man aber headwalks sind leicht verpackt ja ich sprich aus dem film kennt man der fliegt ja hier rum quasi was hat der strom hat es strom und gift strom und gift wasser gibt das nebenbei doch warframe wissen abgefragt perfekt ich glaube ich habe ihn aber das sind keine typische viecher ich bin fast tot ne die taucht wieder ab ich guck mal kurz essenstechnisch ich glaube das hat sie wieder aufgefüllt steuer steuer wie riesig halt einfach ähm oh jack kämpft wir schießen ok die ramm uns ja ich sehe da gar kein antwort also irgendwas ist davor ich sehe ja nicht mal doch ich glaube ihm sehe ich ich habe verfluchte kanonkugeln bringt ich habe verfluchte kanonkugeln bringt ich habe verfluchte kanonkugeln bringt ich weiß nicht gar nicht ob das hier was bringt ich glaube er hat weniger oh jack hat alle hände voll zu tun aber die kann ich nicht anwinkeln ich bin gar nicht geht kein napun nichts oi treasure it's gone jack verdient ach der hat ihm die die fuhr weggenommen ja jack ist jetzt da ruhig du willst du willst dem fährmann befehle geben der hätte ich überhaupt nicht gut leiden können er denkt so ist vorbei irgendwie nicht aber jetzt jetzt bewegt sie auch da drüben was er wird redet aber wir machen es für der mensch ähm nein nein also ich habe mit viel jetzt erwartet aber nicht dass alles hier direkt im ersten kapitel kommt doch nichts hat er den krack nicht überhaupt holen weiß er nicht vielleicht hat er zwei wobei check wo ist check ich glaube der ich glaube davy hat ihn mitgenommen mit zeit bringen der hat ihn aufgesaugt das glaube ich in ich werde nach dem um das Land des Lebens, damit du weiterkommst. Kampf um zu retten, was dich gefährlich hat. Fehler! Du wirst mit uns bemerken, wie diese Welt auch unter der Schaufe von Davy Jones fallen. Oh! 8000! Ja, das ist das erste... Und ein Erfolg. Und du bist einfach durchgegangen und hast mich mitgenommen, du... Und? Huch! Ähm... Äh... Aber ich glaube, es fehlt einem Buch. Zwei. Zwei? Zwei. Zwei, zwei, drei, drei. So viele, sie zu nennen. Und zwar, schlauze! Duach.... Jedenfalls bisschen! Zwei, zwei, drei, drei. Zwei, vier, vier, Quarland... und zwei, die Autos sind dobre. Sie sind besitzer zurück Wo sie sind blöde Vaukei Warum sind wir hier? die insel kann ich nicht gibt es auch nicht so wahrscheinlich hier jetzt sind wir in der mitte wieder das ist ja die mitte das schiff noch mal am tag verdammt ich wir haben loch wir haben loch vor die gerade fix wir haben lochen auf jetzt mal dass er jetzt nicht um zu hören einmal abgesoffen am am und 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 Untertitelung des ZDF, 2020